hallo und herzlich willkommen zurück zu saupack der stadt der wahrheit zurück mit dem karte und wir sind bei part 13 und wir haben jetzt die gothkits auf unsere seite gezogen sind jetzt unsere freunde wir haben 28 freunde jetzt müssen wir uns entscheiden ob wir uns mit kai verbündend die elfen angehören oder ob wir jetzt bei cardman anstecken wo gehen wir am besten das ist mir jetzt die frage Junge das macht sünder wow what the fuck alter scheiße hohohoho alter mach du lieber alter 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 ja was für ein zombie geht voll viel ab ey aber BAM OLEBEN ach aber wollen zombies was machen pff Taco Bell Rules ok ja jetzt müssen wir uns entscheiden gehen wir jetzt zu den elfen oder zu cardman mal gucken was der uns dann zu sagen hat mal gucken was der uns dann zu sagen hat Alter, der Humor ist einfach geblöscht So, haben wir jetzt mal Ausstellung Okay, können wir uns noch nicht leisten? Oh, der Humor ist auch genug So können wir das noch einmal aus- Ha, geil aus dem Stop-Shit Das ist sehr leid Das ist ein Problem, wenn wir mit Princes kennen Viel zu sagen, und dann drehen wir jetzt noch eine Karte Ich bin ein Teil von 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 Karte Wir wissen, wo die Elven den Stich hängen Ich sagte, sie waren schief Jetzt werden wir auf die Schuhe Und die Hallen mit Elvenblatt Huzzah Also, warum sagt einfach, der Zauber-Pokuma ist einfach richtig geil Das macht Verderbe krass, aber auch richtig geil Aber jetzt müssen wir uns den Stab wiederholen Mal gucken Defenders of Freedom Defenders of Freedom I thank you for your courage and your audacities in joining our fight Tonight, we are no longer the humans or the Goths Tonight, we unite as one I feel like such a homo sapien right now The humans are here Oh, they blew their horn Blow ours, butters Guys, flank left Goth kids, prepare to attack from the head Okay, was darf ich machen? They've barricaded the entrance The Elves are up to their old Jew tricks again Find another way in Take out the barricade from the head Ich bin willkommen Und der Tazia Watt ist das hier Guck mal, kann ich nach hinten angreifen? Guck mal, kann ich vielleicht nach hinten angreifen? vielleicht haben wir da ja einen kleinen schluckwinkel oh scheiße ich hab ja gar nicht die Uhr zu stellen egal gibt's wohl wieder eine flängere Folge egal alles mitnehmen wupp ah die Glocke die Glocke ja Wurde ist der Kommen mein hey butter hey I'm heal except for on the inside we lock it so nobody else could get in here I am that destroyer of worlds we cleared the way to the door you do the rest Nukid, wenn du in der Bühne bist, kämpfst du für einen Tyrant, aber ich weiß, dass es gut ist in dir. Stopp für deinen echten Lord! Freue dich von seinem Kontrolle! Keine Klasse Schuhe! Auch ein Schein besiegt! Rucksack! Wir haben auch alles mit! So, da sind wir auch zurück nach einem kleinen technischen Problem. Und wir sind immer noch hier in der Schule. Hier kann man scheinbar nichts! Boah! Boah! Was für Assi! Okay, ihr habt die letzte Battle. Wird schmachlich geklappen. Okay... Okay... Fuck... Egal... Wir haben Axt des Aufhaltens... Die werden wir natürlich auch jetzt einsetzen... OH! BAM! Oh, das sieht so fucking viel ab, ey! Das ist so geil! Ja... Konter... Scheiße, das hat er noch mal... Konter halten, okay... Alter, warum konnte er ein paar mal angreifen? Alter... Warum konnte er jetzt ein paar mal angreifen? Wollen die mich jetzt hier verarschen? Wollen die mich jetzt hier verarschen? Machen wir mal die Fähigkeit... Den schönen Knochenbrecher! Home Run! Oh man... Sehr schön... Ach Scheiße... Ja... Konter ist scheiße... Fuck... Oh... Fuck, ey... Wir haben auf jeden Fall schon auf den Sieg... BAM, Alter... Äh... Kein Ding, ey... Kein Ding, ey... Wollen wir noch mal die Knochenbrecher anwenden, weil wir Konter nicht so... Aus... Und erledigt... So... Wollen wir noch den Scheißbogen schicken... Ach... Nu... Jetzt aber... Es geht doch... ... ... ... ... ... aber okay ja wenn ich irgendwas machen kann Scheiße. Ah, okay. Ach, die Alien. Ah, okay. Das ist geil. Ja, okay. Wie komme ich jetzt da runter? Ach, mit einer Granate vielleicht? Ja, ach so, okay. Ja, ja. Yes. Sehr schön. Ich hab doch getroffen. Alter. Ich hab doch getroffen. Alter. Ich muss halt hier mal killen. Naja. Wo ist der jetzt? Alter, der hat mir wieder belebt. Der hat sie. Ja. Ja, sehr schön. Scheiße. 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 Ja, ich hab die Zeit. Cool. Ja, ich hab dann� ich halt dafür. Ja, von gar nicht Idee. Wir mussten doch haben, Butters! Alter! Oh ey! Schilder Scheibe! Ich habe keine Kombo! Nein! Wer kann denn hier? Wo hat der Karr? Ja, komm! Was auch Karr? Let's see how you like kill it with me! Ha ha ha! Bleh! 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 oh scheiße, ich habe vergessen den Schild ich habe vergessen Heeeh... Oh, keine große Agen, ich brauche jetzt eine große Agenung. Ich brauche, den Schaffi doch nicht zu mir. Mal hier... Oh, schlau. Wie hättest du ihn? Sehr schön Ja, weg und wieder Oh fuck, ich hab jetzt das Ich hab jetzt überreden Wow So, weg mit dir, ey Ach, wieder... nein Come on, oh scheiße Kommt weiter, ich muss nicht wieder heilen und wieder leben Auf die letzte Sehr schön, weg mit dir Heil dich ruhig Na, so schade Alter Ich dachte, das ist schon mal sehr gut Jetzt hab ich mir hier den Weg ist er Okay, ich hab noch mit dem Dacken Ich hab noch mit dem Dacken Okay, ich hab noch mit dem Dacken Wenn der Sektor mit dem Dacken Schade, ah ok So, wem den Regulator Ja... 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 Alter... Alter... What the fuck? Alter... WTF ey... WTF... Ouch... Ich natürlich erstmal... den Prober... Ach du Liebe! Alter, das ist so geil wie es Tauber gibt... Nein... Fuck... Ich bin angebildet, deshalb werde ich jetzt auch schnell einen Heiltrank nehmen... So... Jetzt geht's wieder ab nämlich... Scheiße... Das ist halt... Einfach so geil... Scheiße... Das sind halt... Wie auch die uns... Die Amerikaner... Synchronisieren... Einfach eine Premium... Und... Ach du Liebe! Ach du Liebe! Arschloch! Ach du musst ihn ja dann trotzdem noch kämpfen... Ouch... Fuck... Oh nein... Warte... Scheiße... Ich hab nix mehr um zu heilen... Scheiße... Echt kacke... Nein... Scheiße... Schließe dich uns an... Schweinehunds... Ich muss auf jeden Fall... Den... Trank nehmen... Weil sonst... Wenn ich mich gleich... Den Nächsten ja auch... Wie ein... Klaas Bein... Aber das will ist ja schon mal... Dass die... Und den Typen halt... Nicht wiedergelebt werden... Ach du Liebe! What? Oh nein... Fuck... Scheiße... Schönen Tag... Fuck ey... Scheiße ey... Schließe dich uns an... Schließe dich uns an... Das war jetzt nicht so prima... Aber jetzt... Den hau ich jetzt weg... Sehr schön... Das ist ja... Bist du mal so viel nachgeziehen ey... Unglaublich ey... Unglaublich... Unglaublich... Nächste... Nächste... Hau ab alter... Ne... Nächste... Noch mal einen... Sterketrank... Nehmen... Den kann ich ihn... Auf jeden Fall... Jetzt weghauen... Ach... Schon mal 500... Bist du schon mal weg... Klapp noch mal... Nein... Ach du Liebe! Ach du Liebe! Boah! Oh nö! Alter! Fuck ey! Käsebällchen! What the fuck! Ich hab ihn doch schon besiegt ey! Oh mein Gott! Ich muss jetzt schnell töten! Nicht lange schnacken! Noch eins mit einem Angriff! Schnellkopf! So! Geschafft! Ja! Ist ja auch ein perfekter Zeitpunkt! Alter Armband ey! Um die Folge vor dir dann zu enden! Dann würde ich mich freuen wenn ihr morgen wieder einschaltet! Zu Saufwag des Dick Aufruf! Bis dahin! Euer Kater! Ciao!